Einen wunderschönen liebe Fatmans Group und willkommen zurück zur zweiten Nacht von FNAF. Ihr habt mir beim letzten Video ganz freundlich unten drunter kommentiert, worauf ich alles achten muss, habt mir alles verraten, wie es funktioniert und ich habe mir nichts davon gemerkt. Doch eine Sache habe ich mir gemerkt und zwar, dass die Kameras auch Strom verbrauchen. Also ich werde jetzt ein bisschen weniger auf die Kameras gucken. Ja, ansonsten weiß ich nichts. Würde ich sagen, legen wir mal los. Och, ich bin zu aufgeregt. Wir chillen uns jetzt erstmal ewig. Unsere Eier, weil... Es hat ja ewig gedauert, bis es mal losging. Ich schätze mal, dass die zweite Nacht jetzt nicht gleich so krass viel schwerer ist. Einen Anruf mache ich gleich wieder aus. So, wir warten erstmal. Ist erstmal alles cool. Ich bin gespannt. Irgendjemand hat mir gesagt, Foxy ist hinter dem Vorhang. Ich weiß nicht, ob der jetzt in der zweiten Runde schon mit dazu kommt. Werden wir dann sehen. Und irgendjemand hat gesagt, ich soll Freddy auf die Nase klicken. Ah. Hehe. Passiert aber nichts, oder? Ne. Ich bin so ein schreckhaftes Stück Scheiße. Boah, da fehlt dir jetzt schon einer. Hä, wo ist er? Wieso fehlt denn jetzt schon einer? Und wo ist er? Steht, da steht er. Oh, der ist ja schon fast hier. Ach du Scheiße. Okay, was ich mal ausprobieren wollte. Wenn der da steht. Und ich mache dann erst zu. Ob das noch reicht. Ich warte jetzt mal. Aber der lacht ja dann da immer so an der Tür. Oh, jetzt ist er weg. Wo ist er denn dann? Wo ist denn der Vorhang gewesen? Ich finde den Vorhang nicht. Ah, hier. Okay, da ist noch niemand. Aber wo ist jetzt dieser Bär hin? Boah, bitte nicht erschrecken. Erschreck mich bitte nicht. Erschreck mich bitte nicht. Doch, ist alles gut, oder? Wo ist er denn hin? Okay, dieser R steht anders. Aber es sind noch beide da. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Der macht das aber schon noch, dass der da an der Tür lacht, oder? Boah, wenn er das nicht macht. Wenn jetzt einfach ein Jumpscare kommt, dann schieße ich mich. Okay, ne, ist alles cool. Oh, jetzt fehlt, jetzt fehlt das, äh... Was ist das jetzt? Ah! Oh, fuck my life, Alter. Scheiße, warum? Boah, der Jumpscare war viel fieser als der im ersten Teil, weil der im ersten, da konnte man sich ja, seelisch voll drauf vorbereiten. Ach, der Hase ist lila. Okay. Ja, da war das der, wo... Da muss ich die Tür zumachen. Das geht nicht anders. Aber der war ja dann komplett weg, der... Der hätte dann ja auch von rechts kommen können, oder? Das mit den Lichtern verstehe ich auch nicht so. Ach, das hätte ich mal anmachen können. Dann hätte ich schauen können, ob der da steht, oder? Oder nicht? Ich bin zu blöd für das Spiel. Kein Witz, Leute. Der steht ja hier... Ach so, ich bin hier... Die sind ja beide schon weg. Wieso sind die jetzt beide schon weg? Okay. Er ist noch da. Er ist noch da. Alles cool. Alles gut. Alles gut. Jetzt läuft hier die Musik. Was heißt das, wenn die läuft? Hat das irgendwas zu bedeuten? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich weiß auch gar nicht, wo die läuft, die Musik. Boah, wieso steht er so da? Das ist auch übel. Okay. Alles gut. Alles gut. Er ist noch hier. Er ist weg. Wo bist du? Wo bist du? Da ist er. Okay, wir warten noch. Wir warten noch, bis er hier hingeht. Und dann machen wir zu. Und dann machen wir mal das Licht an. Und dann schaue ich, ob ich den da stehen sehe. Das weiß ich nämlich nicht. Oh, jetzt hat er es ausgemacht. Jetzt machen wir zu. Das Problem ist, ich kann die Tür jetzt nicht zulassen bis um sechs. Das geht nicht. Das geht zeitlich nicht. Das kannst du vergessen. Ich weiß ja nicht, ob der irgendwann mal wieder weg geht oder so, aber er ist weg, oder? Wo ist er jetzt? Scheiße, wo ist er jetzt? Wo ist das Küken? Der ist noch hier. Fuck, wo ist er? Ich höre ihn singen. Scheiße, da ist Licht aus. Wenn ich jetzt hier auch noch zu mache, kannst du vergessen, da reicht der Strom niemals. Ah! Mach zu! Okay, dann können wir hier aber aufmachen. Bleibt ihr da jetzt die ganze Zeit? Das weiß ich nicht. Okay, jetzt ist es zwei. Er ist noch hier, er ist noch hier. Okay, ich muss mir eigentlich nur einen Kopf machen um diesen Hasen da. Wenn ich jetzt aufmache, ist der noch da? Mann, ich weiß es nicht. Jetzt ist es zwei. Wir haben noch 50%. Oh, wie ich mich schon in der zweiten Nacht anscheiße. Wie soll denn die letzte werden, bitte? Ich mache jetzt mal auf. Okay, er ist weg. Er ist weg. Okay, alles gut erst mal. Wir machen das. Wir bleiben jetzt einfach hier. Ich mache das Licht immer wieder an. Jetzt ist es drei. 46%. Also stromtechnisch stehen wir gut da. Fuck, jetzt habe ich was gehört. Ich höre was. Ich höre was. Oh, scheiße. Okay, er ist hier. Das Küken steht immer noch da. Ich muss mir vielleicht mal die Namen merken. Foxy und Freddy sind die Einzigen, die ich weiß. Okay, ist er noch da? Ja, er ist noch hier. Er ist... Scheiße. Jetzt geht er weiter. Fuck! Fuck, jetzt war alles aus. Fuck! Oh Gott, ich habe so Angst. Das ist vier. Wir haben es fast geschafft. Jetzt höre ich ihn wieder. Okay, er ist weg. Wo ist jetzt das blöde Küken hin? Ist das... Okay, das müsste das Küken sein. Da steht auch jemand? Okay. Dann können wir wieder aufmachen. Hier, jetzt komm, geht's vorbei, Zeit. Ich habe auch nur noch 20%, Alter. Wir dürfen jetzt gar nicht mehr so viel rummachen. Die Zeit vergeht nicht. Warum geht das Licht nicht? Und die Tür? Scheiße. Warum geht das nicht? Leute, dieses Spiel killt mich. Einmal probiere ich es jetzt noch. Alter. Warum konnte ich die Tür jetzt nicht mehr zumachen? Ich hatte noch 19%. Warum konnte ich jetzt diese Scheißtür nicht zumachen? Check ich nicht. Weil er da schon herinnen war, oder? Keine Ahnung. Ich finde ihn jetzt auch gerade nicht. Er ist hier schon weg. Da ist er nicht, da ist er nicht, da ist er nicht, da ist er nicht, da ist er nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Okay. Oh Gott, Leute. Was ich nicht verstehe. Ich achte jetzt da drauf. Ich schaue, dass der da stehen bleibt, okay? Der nächste Schritt wird, er geht auf diese Kamera. Was war das für ein Geräusch? Und da mache ich zu. Okay? Da mache ich zu. Aber woher weiß ich, wann der wieder weg ist? Jetzt ist er weg. Wie mache ich das? Hat das mit dem Licht zu tun? Ich mache die Tür zu, mache das Licht an und dann geht er, oder? Jetzt steht er wieder hier. Hi! Jetzt sind alle down. Da steht einer. Wo ist er jetzt wieder? Steht der da? Weil es ist eins und wir sind schon wieder bei 70%. Das ist nicht gut. Okay, aber jetzt bleiben wir erstmal, jetzt bleiben wir erstmal ruhig. Wir müssen uns den Strom einteilen. Ich habe halt gerade die Tür zugemacht und das Licht an und dann war er gleich weg. Vielleicht vertreibt das Licht die. Schreibt es mir das bitte mal in die Kommentare. Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Das war neu. Boah, die Zeit vergeht halt nicht. Wie lange dauert denn so eine Nacht in Real Time? 10 Minuten ungefähr, gell? Aber wenn ich gar nicht auf die Kameras gucke, einfach hier bleib. Jetzt kommt jemand. Das läuft gar nicht so schlecht, wenn ich einfach hier bleib. Geht noch. Geht noch. Okay, wir haben einfach Ruhe bewahren. Jetzt geht diese Musik wieder los. Ich brauche dann gar nicht auf die Kameras schauen. Die Kameras sind vielleicht später erst wichtig, wenn ich sage, ich muss die schon vorher abfangen oder so. Die dürfen gar nicht erst bis hierher kommen. Vielleicht labere ich aber auch totalen Bullshit, weil ich überhaupt keine Ahnung habe von dem Spiel. Alles gut. Alles gut gerade. Kann es jetzt irgendwann mal 4 Uhr werden? Boah, wir haben so viel Zeit über. Jetzt gucken wir mal. Okay, machen wir hier mal zu. Wir haben so viel Speicher übrig. Okay, jetzt ist er weg. So, dann kann ich hier wieder aufmachen, oder? Okay, nein, ich mache wieder zu. Ich würde sagen, wir machen zu. Okay, der Vorhang ist auf. Der Vorhang ist auf. Das ist Foxy. Boah, ich weiß nicht, warum Foxy macht mir am meisten Angst. Ich mache jetzt zu. Ich mache jetzt beides zu. Der Akku reicht niemals. Wer ist noch hier? Wo ist dieses blöde Küken? Boah, ich höre es schon. Der Speicher reicht niemals. Kannst du vergessen. Mann, was sind das für Geräusche? Ich muss Strom sparen. Hey, du willst doch mir nicht erzählen, dass es immer noch nicht 5 Uhr ist. 5. Wir haben noch 20%. Und jetzt machen wir zu. Und hoffen, dass der Speicher reicht bis um 6. Leute, betet mit mir, dass der Speicher reicht bis um 6. 16. 15%. Oh Gott, bitte. 14. Aber ich glaube, das kommt hin. 10% noch. 9. Nein, das kommt nicht hin. Das kommt nicht hin. Okay, wir lassen hier auf. 5%. 5% noch. Nein. 4. Oh ja, Gott. Scheiße, Alter. Gott. Mann, das war so knapp. Das war so knapp. Das war so knapp. Okay, Leute. Ich bin nicht weitergekommen. Ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß hattet. Ich werde mich jetzt echt ein bisschen schlau machen. Und dann packen wir mal ein paar Nächte. Ich möchte den zweiten, dritten, vierten, fünften Teil auch zocken. Ich will aber den definitiv vorher durchspielen. Ich habe gedacht, wir können da jetzt einfach so durch. Aber ich glaube, ich muss mich da echt ein bisschen schlau machen. Oder eure Kommentare nochmal in mich aufsaugen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Erschrocken bin ich ja. Darum geht es euch wahrscheinlich. Und falls es euch gefallen hat, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.